Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist schon ein. Dein Hund ist die Geige. Jonas, komm doch mal her. Willst du Alexander nicht mal begleiten? Jonas, konzentrier dich bitte. Komm, nochmal. Ich spiel nicht mehr. Bitte nimm die Geige und spiel weiter. Ich lasse mich in Ruhe, ich spiel nicht mehr! Anna, ich spiel nicht mehr. Du bist spät dran. Ich hab den Bus verpasst. Im Konzert wartet auch niemand auf dich. Noch mal. Nein. Nein. Was, Sie finden, dass er zu wenig übt? Weil es sind mittlerweile wirklich vier Stunden am Tag. Bisschen schneller. Du schleifst die Töne. Der violon, Anna, ist nur eine kleine Partie der Welt. Ich denke, beim Spielen die ganze Zeit, ich schaffe es. Wir sind am Abend. Bisschen schneller. Weiter. Lass locker. Bistchen besser. Ich erwarte mal. Vielen Dank.